Ja Freunde, hier also mal ein interessantes Video mal wieder auf meinem Sports Gaming Channel. Ich bin mal wieder fündig geworden und zwar wie ihr das dem Videotitel ja schon entnehmen konntet. Robert Lewandowski hat ein eigenes Spiel mitentwickelt, natürlich ein Sportspiel. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich ein Fußballspiel, liegt an sich auch alles auf der Hand. Und wir wollen uns das auf jeden Fall mal gemeinsam jetzt hier auf Steam anschauen. Ich werde jetzt mal hier den Trailer im Hintergrund mit zeigen, auch wenn ich jetzt die Musik hier mal ausmache. Aber ich finde das ganze Projekt von ihm gar nicht so unspannend. Und wer den Robert ein bisschen kennt, nicht nur sportlich, sondern auch mit sehr, sehr viel Geschäftssinn ausgestattet. Er investiert sehr, sehr gezielt in viele Dinge im Business. Ist ja auch vermarktungstechnisch einer, der in diesem Bereich ein absoluter Vollprofi auch in der Selbstvermarktung ist. Das muss man auch einfach so sagen und ich finde, das kann man auch einfach sehr anerkennend sagen. Und wir gucken uns das Game Football Coach The Game einfach mal an. Wie ihr ja hier seht, wir sind auf der offiziellen Steam-Seite, auf der das Spiel aktuell bereits hier mit Trailer und ein paar Bildern gelistet ist. Wir werden uns gleich mal anschauen, was es da überhaupt alles an Informationen überhaupt aktuell gibt. Ihr seht jetzt hier im Hintergrund den Trailer durchlaufen. Jetzt seht ihr hier dann die Bilder und man kann natürlich hier leicht erahnen, es ist eine Fußball-Strategie-Simulation. Das heißt, hier geht es sicherlich darum, ein Team zu managen, den Kader zu managen, natürlich für Erfolg zu sorgen auf allen Ebenen, auf der sportlichen Ebene, aber sicherlich auch im Management tätig zu sein, für vernünftige Transfers zu sorgen, für eine Club-Akademie zu sorgen. Also das sieht eigentlich schon auf den ersten Blick für mich relativ komplex aus. Ja, auch die ganze Benutzeroberfläche, so wie man das Ganze hier so erkennen kann, also kann man jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie nicht gut aussieht, meiner persönlichen Meinung nach. Aber schauen wir uns mal hier ein paar Infos zum Spiel weiter an. Hier seht ihr noch ein paar Screenshots, ich lasse das nochmal von Steam hier selber so ein bisschen durchlaufen, aber wir schauen uns mal an, was es hier alles gibt. Also das Spiel ist natürlich noch nicht veröffentlicht, es gibt also noch kein Veröffentlichungsdatum. Nach meinem Kenntnisstand ist dieses Projekt Mitte letzten Jahres ins Leben gerufen worden von Robert Lewandowski. Da seht ihr übrigens auch beim Entwickler, RL9 Sport Games SA, Publisher Playway SA, also ja, ist mal wieder ganz typisch Robert, muss man sagen. Und sieht auf jeden Fall erst einmal hochgradig interessant aus. Wir müssen uns jetzt hier nicht irritieren lassen, Ultimate Phishing Simulator ist jetzt hier einfach als Werbung hier mit in dieses Spiel als Werbung rein platziert worden. Das hat jetzt hier natürlich nichts zu tun, wir schauen uns das jetzt hier mal an. Es ist also ein Einzelspieler-Spiel, es wird mehrere Sprachen haben, das ist also auch schon interessant. Und jetzt kommen wir hier mal zu den offiziellen Infos über dieses Spiel. Ein in direkter Zusammenarbeit mit Robert Lewandowski entstandener Fußballmanager, ganz klar, entwickeln Sie die Persönlichkeit des Trainers im RPG-System. Verwenden Sie die Artefakte während des Spiels, werden Sie zum Idol der Tribünen, übernehmen Sie im Striker-Modus die Kontrolle über die entscheidenden Momente des Spiels. Also auch interessant, man wird also wahrscheinlich dann so eine Bildschirmsimulation haben, wo man als Trainer draufschauen kann und wenn man irgendetwas, sag ich mal, machen muss, wenn man ins Match eingreifen muss, dann kann man dies auch tun. Treten Sie im Lobby-Modus gegen Spiele aus der ganzen Welt an, auch interessant übrigens, erobern Sie Trophäen im Clanspiel, verwalten Sie das Privatleben des Managers. Das ist also nicht nur ein reiner Offline-Ein-Personentitel, sondern tatsächlich mit einem Online-Modus ausgestattet. Ich kann jetzt hier auf den ersten Blick noch nicht eruieren, ob es nur auf der Plattform PC über Steam beispielsweise vermarktet wird nach Erscheinen, ob es ein Early Access gibt, eine Beta-Version. Auch das ist nach meinem Kenntnisstand, ich habe mich ein bisschen im Netz informiert, noch nicht abschließend geklärt, aber das sind erst einmal so die Rahmenbedingungen. Wahl der Trainerklasse, wo der Fußball-RPG, also Roleplay-Game trifft, das ist auch interessant. Wählen Sie die Trainerklasse, lernen Sie den Charakter des Trainers kennen, sammeln Sie mächtige Artefakte, beeinflussen Sie mit Ihrer Hilfe das Spiel, entwickeln Sie in jeder Klasse einen Talentbomb. Oh, klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt, muss man sagen. Hier unten haben wir dann noch den Striker-Modus, hier ganz kurz platziert. Wir gehen jetzt hier mal rauf und schauen uns das mal an. Haben Sie sich beim Fußball-Manager oft über die Unwirksamkeit Ihrer Stürmer geärgert? Beim Fußball-Coach werden Sie im Striker-Modus das Spiel betreten, übernehmen Sie in einem kritischen Moment die Kontrolle und beenden Sie die Aktion Ihrer Mannschaft. Auch interessant, guckt euch das mal an. Dort gibt es also eine Situation, wo hier, in dem Fall ist es sogar Robert Lewandowski selber, aber wo der Mittelstürmer angespielt wird über eine Flanke und man schon weiß, dass dieser Stürmer hier die Situation offensiv bekommt. Und ihr könnt jetzt hier anhand des Spiels hier auswählen, anhand der Situation, wie ihr quasi abschließen wollt. Interessant, ist wirklich interessant. Also man muss dann auch schon schauen. Hier wäre sicherlich ein Kopfball noch möglich, nach meiner Einschätzung, aber er entscheidet sich hier für einen krachenden Seitfallzieher. Auch interessant, muss man mal sehen, wie das dann im Spiel geregelt ist. Aufbau und Lage des Stadions. Entwerfen Sie Ihr Clubgebäude im Stadion Creator, entdecken Sie weitere Tribünentypen, wählen Sie eine ungewöhnliche Lage für Ihr Stadion aus, entwickeln Sie die Infrastruktur des Clubs, erschaffen Sie einzigartige Objekte. Sehr, sehr interessant. Klingt erstmal nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den Trainingseinheiten bilden Sie Ihre Fußballer während der interaktiven Trainingseinheiten aus, planen Sie feste Fragmente ein, lernen Sie das verborgene Potenzial Ihrer Spieler kennen, sorgen Sie für Neuzugang und junge Naturtalente. Klar, hatte ich ja schon gesagt. Dann soll es also auch, oh, das ist ein bisschen zu weit hoch, Entschuldigung, zu tief. Die Turnierlobby. Spielen Sie rund um die Uhr mit Spielern aus der ganzen Welt, tragen Sie die Spiele nach unterschiedlichen Spielregeln aus, nehmen Sie an Turnieren teil und organisieren Sie eigene schließlich, schließen Sie sich den Clanspielen an und gründen Sie Ihren eigenen Clan. Werden Sie zum Meister der Champions League. Oh, hab schon schlechtere Manager auch in der Vorschau gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Robert wird sicherlich ein Interesse daran haben, hier keinen Müll auf den Markt zu schmeißen. Also, finde ich schon, klingt wirklich interessant. Und das meine ich auch so, wie ich das sage. Kartensystem, sammeln Sie Karten, die eine Entsprechung der RPG-Artefakte sind. Manche von Ihnen werden Ihren Spielern Energie verleihen, andere werden Ihre Attribute optimieren und manche werden Ihnen helfen, effektiv das Spiel zu managen, tauschen Sie die Artefakte aus und verkaufen Sie auf dem internen Gaming-Markt. Auch interessant. Endlich mal in Game eine Möglichkeit, auch Sachen, die man selber vielleicht nicht braucht, zu verkaufen, zu tauschen. Klingt auch nicht schlecht. Trainer und Club-Customization. Klar, personalisieren Sie Ihren Avatar, personalisieren Sie jeden Aspekt Ihres Klubs, kreieren Sie ein einzigartiges Shirt-Design, entwerfen Sie ein Fanschal für Ihre Fans, identifizieren Sie sich mit Ihrem Club, bauen Sie Ihren eigenen Fußball-DNA auf, sorgen Sie dafür, dass Ihr Club zu einer Fußball-Ikone wird. Cool. Kann man nicht anders sagen. Also, hier spielen doch eine ganze Menge Attribute und Sachen eine Rolle, die hier ineinander greifen. Das Privatleben. Kümmern Sie sich um das Privatleben Ihres Avatars. Entwickeln Sie die Beziehung zwischen den Spielern, Sponsoren und der Führung, werfen Sie mit Geld um sich, bauen Sie Ihr Image auf, geben Sie Interviews, werden Sie zum Fußball-Star. Okay? Fans, also auch eine wichtige Rolle hier im Spiel. Und das sieht wie folgt aus. Bauen Sie für Ihre Mannschaft eine Fan-Unterstützung auf, bauen Sie eine Ultras-Community auf, ein volles Stadion und ein heißes Anfeuern, wird zusätzlich Kräfte in Ihren Spielern wachrütteln, aber auch einen Zugang zu neuen Artefakten verschaffen. Kein anderer Fußballmanager hat den Einfluss der Fans so ernst genommen. Also ich muss schon sagen, lieber Robert, das liest sich schon nicht verkehrt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Werd das Spiel, auch wenn ich kein PC-Spieler bin, mal weiter im Auge behalten. Und wenn es hierzu weitere News gibt, dann gerne auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat dieser Ausflug in dieses Game, in dieses Preview von mir mal gefallen. Ich denke, viele von euch wussten davor nicht, dass es hier ein Videospiel von Robert Lewandowski gibt. Insofern denke ich mal, durchaus ein interessantes Video. Leute, danke fürs Reinschalten. Lasst ein Abo da zum kostenlosen Support. Lasst einen Daumen da. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.